Nächstens wissen wir jetzt, was die FDP wirklich unter Innovation versteht. Klimaerwärmung bekämpfen, indem man soziale Kälte verbreitet. Nach zwei Jahren Pandemie und dem Ausbluten des Pflegepersonals schlägt Claudia Raffelhüschen, FDP-Haushaltsexpertin, vor, den Rotstift bei der Pflege anzusetzen. Der charmante liberale Todesengel will, dass alle Menschen, die in Pflege müssen, das erste Jahr komplett selbst bezahlen. Und Christian Lindner kam im schönsten Augenblick seines Lebens nur an eins denken, Langzeitarbeitslosen die Zuschüsse zu kürzen. Das ist für ihn der Gipfel der Romantik.